Hallo, geht's schon los? Gut. Hallo, herzlich willkommen. Wir waren gestern in Burg Lengenfeld und da hat Kollege Jochen seine Aufgabe mit Bravour bestanden und das seht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das war der Jochen und heute folgt natürlich die nächste Aufgabe und da haben wir uns was ganz Feines überlegt. Das ist so dermaßen fein. Der Klaus hier wird nämlich bei einem Song, der This Place heißt und auf unserem neuen Album ist, springen. Und zwar gut lachen. Deswegen schaut rein, morgen bei unserem unheimlich spaßigen, blinden Aktionismus-Wahn, habe ich gestern schon gesagt, aber ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Oder Jochen? Schaut morgen rein bei 900cb. Wir sind auf Tour Over the Edge, GPO, alles klar. Ade, bleibt schön. Passt. 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 Vielen Dank.